Sonst wird der Razor sauer. Und haut nicht. Wie gesagt, auch ein bisschen was tun für dein Geld hier. Willst du auch da drin wohnen? Ich töte! Ich töte! Reicht das nicht als Arbeit? Reicht das nicht als Arbeit? Töten und effektivs bauen? Und für Essen sorgen? Ja, was besorgst du denn an Essen? Das hab ich ja die ganze Zeit. Ich bin hier extra eine ganze Zeit unterwegs gewesen, wo wir für uns Medizin und so weiter zu besorgen. Du besorgst ekelhaft Beine und Arme und so. Das ist glücklicher! Hast du es mal probiert? Will ich nicht. Siehste, also. Wenn du uns beschützen willst, dann kommst du zu uns. Da wo du dein großes fettes Teil gebaut hast, läuft gerade ein eingeborene. Oh, wo? Eingeborene, eingeborene. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du willst es ja noch. Einfach voll tot! Das ist jemand wieder happy. So. Oh, noch jemand! Hallo! Gib mir deine Zähne! Komm her, komm her! War da noch jemand? Hast du Zähne fallen lassen? Wir kriechen Zähne aus denen raus! So eine Zahnbegrenzung. So. Oh, da werden die Köpfe auf mich zurollen hier. Ja. Genau. Köpfe? Köpfe? Den nehmen wir noch mit. Ich stell mal was vor. Mann, es soll mal langsam wieder regnen. Ich verdurste das. Keine Soda mehr jetzt. Ach doch, zwei Stücke. Oh, das kann ich noch eaten. Das ist bestimmt lecker. Und da würde ich alles wegstab, ne? Was ich da gesammelt habe. Ich esse euer komisches Zeug nicht. Er ist doch nur eingeboren. Er ist doch selber ein Kannibale. Vigensweise essen Kaninchen. Also ist dann logischerweise Menschen. Wir sind Menschen, wir essen Kaninchen. Siehste? Endlich! Hat der nur... Weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat, bis es rauskam. Ich hab's doch echt mal gereilt jetzt. Hey! Das hat ja nicht lang gedauert. Ich verstehe. Oh, Mann. Ich hab mal wieder auf den Schlauch, wie immer. Aber, naja. Wo ist das jetzt gar nicht gerafft? Jetzt ergibt das alles plötzlich einen Sinn für mich. Natürlich, dass ich da nicht schon eher drauf gekommen bin. Oh, Mann. So, wo war jetzt der zweite Kopf? Ich hab doch noch einen gehabt. Dann mal, äh, guten Appetit und so. Danke! Gib mir deinen Abend. Deswegen baust du auch die ganzen Teile da auf. Ja. Aber, dass man kein Kaninchen-Affigy bauen kann. Das wäre schön. Ja, das hat ja doch. Das ist, äh, äh, trockenen... Trockens Rack da. Ja, stimmt. Das ist mein Trockens Rack. Okay. Alles klar. So, wo war ist der Kopf? Ich hab doch hier noch einen Kopf. Eine sehr viel Zusammenarbeit. Ich merk das schon. Ja, ne? Das ist, ähm, super. Ähm. Hä? Ich kann mir auch mein eigenes Baumhaus bauen. So. Bring ich's nicht ins Feuer rein. So. Das ist ungut. Was kostet denn so ein Baumhaus? Oh. 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 Nee, nee, nee. Wo, wo, wo? Da. Du hast nen Job, ne? Ich bin da, ich bin da. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Stämme. Na, hast du Angst? Hast du Angst? Wollte ich auch Angst haben. Komm herunter. Komm. Hey. Hey, komm herunter. Genau, hier. Oh, 10er. So. Und dein Käpfchen. Ein Käpfchen, sagte ich. Dankeschön. Okay. Vielleicht soll ich hier auch noch nen F.E.G. hinstellen. Einfach damit die gleich mal wissen, bis hier hin und nicht weiter. Juckt ihn nicht. Was sind das für die Scheiße? Äh. Leider. Leider. Aber es sieht schöner aus. So. Ah, wunderschön. Schöne Deko-Elemente. Genau. Hier geht die Wand mal weiter. Ähm. Hab ich schon Arme? Hab ich schon genug Arme? Mein Inventar mit Arme voll? Oh ja, ist das. Hier liegt doch ein Lockhole, ne? Ach, hier hinten geht die Wand auch weiter. Jawohl, zacken. Was ich gar nicht gesehen hab. Äh, ich geh mich mal kurz verstecken. Wieso? Ich habe keine Lust zu sterben. Wieso? Keine Beschützungs-Künste. Was denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Gegen Hunger und Durst kann ich ja schlecht was tun. Also Hunger... Ich hab mir mehrfach angeboten, was gegen Hunger zu tun, aber du möchtest ja nicht. Ich will dein Fleisch nicht. Siehste? Wessen Schuld ist das? Für einen Riegel. Und trink lieber eine Soda, solange ich es noch hab. So. Gut. Das ist perfekt. Dann, ähm. Gib mir deinen Arm. Dann noch ein Beinchen. Ist der Baum hier auch? Steht der unten mit Grund hier, Reza? Äh, dir kannst du fehlen. Okay. Na? Weg. Kusch dich. Wohin soll das? Wo wird noch gebaut? Wohin soll das? Ach ja, hier. Da war ich dabei. Hier war ich ja gerade dabei. Ja. So. Und ich wollte gucken, was eigentlich so ein Baumhaus kostet. Wo ist denn dieses Baumhaus? Wo steht das denn? Wo finde ich das denn? Ja. Nicht unter Effigies. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm. Stowage? Ja da. Dekorativen. Oh, es gibt einen dekorativen Skull. Oh. Oh. Ich kann den auch noch ne Tür machen, theoretisch. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wo ist denn, jetzt mal ernsthaft, wo ist denn das Baumhaus? Wo ist das Baumhaus? Wo ist das Baumhaus? Wo ist das Baumhaus? Wo ist das Baumhaus? In dem, in dem, ähm. In dem Wald? In dem Wald? Nee. Ähm. In der, in dem, in dem, zum Bauern. Ach so. In dem, ja. Boah. Keine Ahnung. Ich blätter einfach mal wild durch, bis ich irgendwas entdecke, was ich brauche. Aber. Komplex. Nein. Stowage? Stimmt irgendwo unter... Custom Building. Gazebu. Rockwall. Catapult. Catapult? Geil. Treehouse! Ist doch ein Treehouse, ne? Doch. Wir brauchen nicht so viel, ähm, Baumhäuser, sondern eher Plattformen, dass man von Baum zu Baum gehen kann. Wir brauchen ja nur einen Baumhaus. Wir brauchen ja nur einen Baumhaus. Lass, äh, Lachnevi das anbauen, weil sie weiß das schon bisschen besser jetzt. Wir brauchen nur eins, dass wir speichern können halt. Ja, Regen! Regen! Geil! Perfekt! Kann ich das drehen? Kann ich mehr losen. Ja, mit R. Aber nur in eine Richtung. Aha! So, wo machen wir das denn am besten hin? Jetzt ist natürlich der Wall hier, ne? Aber man kann doch einfach drüber bauen, oder? Über den Wall? Hier, der Weg ist da, der Plan ist doch hier an diese Bäume dran zu bauen und dann hier rüber und dann, ne? Der wäre ganz gut, aber der ist ja dünn, wenn man das macht. Geht das denn an den dünnen Baum? Oh, ich denke schon. Schauen wir mal. No. 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 Geht nicht durch. Okay, ne Güte. Nicht so aggressiv. Hier an die geht's erst wieder. Aber das dürfte doch mal aufgehen, wenn man an den baut. Ja, hier nicht. Das ist außerhalb. Okay, das sind da nicht. Die Blaupause ist schon mal zu sehen bei dem dünnen Baum. Ja. Die aber. Ist das schlimm? Oh. Kann man die an dem anderen nicht machen? Ja, die sind innerhalb von dem Bauern. Die kommen doch da eh nicht ran, dachte ich. Da fielst du doch ein Baum aus da, oder? Shit, ey. Das bringt nichts, da eine Plattform zu bauen, weil an den nächsten Baum geht die schon gar nicht mehr. Der ist zu dünn. Aber du kannst doch auch rausbauen aus dem, aus dem, aus der... Na ja, jetzt macht ihr jetzt hier hütisch die Wirklichkeit kaputt. Nein, was tut du? Nein, da ist doch der ganz große Dicke, den lass ich doch, damit der frei steht. Na gut, dann nehmen wir jetzt halt den Dicke. Hä? Stabbaum. Ihr seid sehr verwirrend. Hier. Oh. Hallo, Stern. Hm. Äh. Ich wollte den Stamm. Nicht den Stein. Fängt zwar beides mit S an und mit E. Und hat ein T. Dann die Ruhe, ich denke. Noch zwei Stück hier auf der Seite. Oh, das ist doch fantastisch. Ich möchte mein Baumhaus hier dran. Oh, geil. Kann ich hier ein Baumhaus... Nein! Wieso kann ich hier kein Baumhaus dran bauen? Wie geil wäre das? Kann ich eine Plattform dran bauen? Nein! Zweifelsfall auch nicht. Warum nicht? An die ganz dünnen Bäume macht da echt nichts dran. Weichei. Das ist so ein geiler Aufblick. Das kannst du von da unten beurteilen. Scheiße. Dein Typ ist hier schon wieder gefragt. Ich muss hier mal was trinken. Out. Out. Wecker. Wo denn? Dahinten. Ich bin unterwegs. Ich komme. Ich bin mal getötet. Ich soll hier noch mehr kommen. Wee! Ansonsten kannst du gerne Bäume fällen. Nein, nicht nur den Kopf. Habe ich einen Kopf dabei? Nein! Ich kann nicht einsammeln! Ich kann nicht einsammeln! Komm her, Kopf! Komm her, Kopf! Komm her, Kopf! Na komm! Komm her! Nein, nicht der Arme. Der Kopf! Genau der! So. Was liegt hier rum? Sorry? War abgelenkt? Ich bin schon wieder lang nur zerteilte Gliedmaßen. Das war's bestimmt du. Nein! Nein! Gar nicht. Hier schon wieder. Ein komplett zerteilter Körper. Nein, das reicht nicht. Nein! Natürlich nicht. Ach, Leute! Was denn? Die Stämme sind wiederfallen. Wo ist denn mein Lagerfeuer? Wo ist mein Lagerfeuer? Jungs und Mädels, mein Lagerfeuer ist weg. Kann das passieren? Ja! Das kann passieren, dass du manchmal wieder Stein reinlegen musst. Du hast ein zu kleines Lagerfeuer, glaube ich, gebaut. Es gibt eins mit Stein, was ich gebaut habe. Da musst du jedes Mal Holz wieder reinlegen. Aber das Lagerfeuer hat nicht der Stellplatz bleibt. Ah, Firepit, ne? Ja. Ah! Ach so, Schatz. Ich habe neben unserem Baumhaus auch eine Plattform gemacht, ne? Okay. Von da aus können wir ja eine Brücke zu der anderen Plattform, die draußen ist, machen. Das, was wird. Ich hoffe es. Ich hoffe auch. Gehen wir mal aus. Ich sammle schon mal ein paar Stellen. Aber da war noch ein Schädel drauf, den ich gekocht habe. Diese Verzweiflung. Das klingt echt grüßend, nicht verzweifelt, fände ich aber so. Irgendwie schon. Oh Mann. Sag ich einfach lieber gar nichts. Na gut, dann müssen wir einen neuen Schädel kochen. Wir haben ja zum Glück noch einen dabei. Der fleißig immer seine ganzen Menschen-Appities anzündet. Na ja. Jetzt ist alles schön. Warum wird es eigentlich schon wieder nacht? Krieg ich das? Nie. So. Und noch ein Ärmchen. Und... Hab ich wegen dir auch das ganze Inventar voller Arme und Beine, weil ich den Scheiß grad ausgesammelt habe. Ist doch schön. Ist doch auch schön. Wenn du noch mal was brauchst, ne? Für ein Appity? Ja. Oh, gerne welche. Wenn mal wieder ein bisschen was passiert, dann brauche ich da gerne noch einen hin. Ähm. Setz Destiny jetzt noch einen Baumstamm. Können können wir auch noch bauen dann. Jaja, du bist der Chef. Komm, klar, in deiner Welt. Lebe damit! Bist du denn geflogen, mein Freund. Päraguard. Patsch, 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 patsch. Oh, was? Ja. Weiß nicht, ich hab's gehört nur. Dann beim Bauern und, äh, ne. Weiß es genau dann, wenn man baut. Hilfe. Weiß nicht, ob euch das auch gefallen ist, aber wir brauchen gerade eine defensive Wand. Und... Ah! Ich bist sehr weit von hinten. Oh, ja, ich hör dir auch schon... Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Einfach von hinten aus angreifen, das macht man aber nicht. Töte sie. Das macht man aber nicht. Das ist aber unschön, na? Na, na, na. Guck mal, da hinten. So, ich muss mal mein Feuerzeug wegstecken. Das glaubt mir, das gibt mir... Wo waren sie jetzt hier? Hier dimpelt noch einer rum. Komm her. Ich seh dich zwar nicht, aber ich höre dich. Meine Kaninchen-Sinne werden dich... werden sich zeigen. Werden dich zeigen. Kaninchen-Sinne. Wo bist du? Weichei. Hast du dich versteckt? Hast du Angst? Würde ich auch haben. Na, ernsthaft? Hört ich auch nur die ganze Zeit, aber sehnt durch gar keinen. Ah, da ist er! Hey! Baby! Du bist ein Junge. Schau, wenn man was in der Hand hat. Na, du machst das schon. Oh nein! Ja, ja. Komm her! Komm her! Komm mit! Ah! Nicht mir entgegenlaufen, wenn ich zuschlage! Ja, Entschuldigung. Ich erlernt auch nicht. Ich war im Weg! Hier ist noch wer. Komm her! Ich hab schwere Stände in der Hand. Lass mich durch. Das ist ein Notfall. Deine Plattform ist gleich fertig. Wo seid ihr? Zeig euch! Ja, schön. Noch genau eins stammen und den hab ich sogar. Hallo! Zombies! Komm jetzt mal hoch. So, Plattform Nummer eins ist fertig. So, wenn wir deine fertig gemacht haben, gucken wir mal, ob eine Brücke möglich ist. Mein Essen ist ja, dürft ihr auch fertig sein. Mein Essen ist verbrannt. Du sollst nicht Essen verbrennen, sondern du sollst Zombies töten, wollte ich grad sagen. Leute! Komm her! Komm her! Ja komm! Ich weiß, es ist eine Menge Holz, die wir noch bauen müssen. Ja! Gut. Aber es geht dran. Ist er tot? Wenn die nicht die ganze Zeit nerven würden, dann hat man einen Baum. Aua! Auf geht's. Sag mich mal, ob man wirklich erfrieren kann. Joa, ich weiß auch, ich bin doch schon mal geschworen, weißt du noch? Du bist echt immer ein Charme davon? Weiße. Dann sollte ich mich erst mal aufwärmen gehen. Das ist sehr anerfrierend. Aber Durstmann und alles, wie immer. Ui! Die Dinger sind jetzt ein bisschen voll, die Panzerstücke. Mann, 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 mann! Ich muss noch ein paar FUGs nennen, warum ist es zu dunkel, die Hörer? Ja, ich hab noch einige Körperteile für dich. Sehr gut. Wo ist denn hier ein Eingang? Ist das ein Eingang? Das ist wohl das dicke... Der Zweifel da passt. Ja, genau. Ja, das Geräusch, ne? Schön laut. Total unerfällig. Vielleicht auch. So, was ist denn jetzt hier mit meinem... Wieso ist denn mein Essen alles weg? Vielleicht hätten wir die Dinger doch hier an den Strand bauen sollen. Ich wollte keine Knochen. Ich wollte essen. Geht das so schnell? Ja. Krass. Kann ich das ja... Das vergammelt ja nicht. Ne Menschenfleisch ist ja relativ robust, hab ich gehört. Wer Durst hat, hier ist ganz viel Wasser. Halt immer hier unten hin rennen. Oben steht auch einer. Echt? Ah. Ich gebaut. Oh, ne? Ich weiß, das ist eh zu spät, aber... Da, du stehst doch direkt daneben. Das ist auch geil, wie so ein Medizinstreck hier so schwebend... Naja. Das sieht wunderschön aus. Ja. Wunder hier. Ach. Zu spät. Ja. Oh, da wär sogar voll genehm. Nom nom nom. Nom 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 menschen. Oh, hallo. Hör aufwärmen. Wo soll ich mir eigentlich Gedanken machen, dass du das aufnimmst? Was? Ich hoffe nicht. Was? Doch, ja. Was? Ja, natürlich. Warum? Warum nicht? Ey, deswegen. Ich denk mir schon die ganze Zeit... Sagen vorher. Redet so komisch. Nimmt der das auch? Hahahaha. Hör doch vor. Hör doch vor. Hör doch vor. Hör doch immer so. Ist das ein Fatz? 347 Stämme? Habt ihr irgendwie gelitten oder so? Ja, was glaubst du, was ich hier baue, Schatz? Spiel auf jeden Fall. Na ja. Da komm ich auch nicht hinterher. Den Schutz baue ich hier, ne? Wie du siehst. So, ich brauche noch ein bisschen dicht. Ähm, zum Beispiel... Ne, falsch. B. Zum Beispiel... Hier kann noch noch... Hier passt doch noch super ein Effigy. Cool, ich hab einen Matsch gefunden und hab mich getarnt. Man kann sich mit Matsch tarnen? Ja, das ging auch früher schon. Cool. Dass das noch existiert. Man kann ja auch, ähm, ein paar Häute kann man sich ja anziehen, ne? Und durch auch mit Blätter verfeinern, dann... Ich höre doch schon wieder jemanden. Ich jetzt auch. Hallo! Guck mal, ich baue gerade ein Effigy. Das passt doch ganz gut, dass du gerade kommst. Ich brauche doch wieder Maschinen rein. So, Leute. Oh, fuck! Ich geh mal mit Spock aus, weil wir sind ne Menge geworden. Ich bin überlegen, äh, vielleicht die Nacht mal, äh, so schlafen lassen, damit wir mal, äh... Hä? Ja, aber jetzt wird's eh grad wieder hell. Na na na, man schlägt nicht zurück! Wer hat dir das dann beigebracht? Hat der denn immer mal nicht erzählt, dass man nicht zurückschlägt? Gern! 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 Wach! Wow! 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 Vor meiner Nase erschien! Da! Hallo! 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 Na! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Legt mal nicht zu! Bande! Wollen wir den anderen hin? Da war doch noch einer. Ach, hier soll ich. Komm her. Na? Lauf doch nicht weg, mein Freund. Ich darf hier nicht zuschlagen. Das wurde mir verboten von Papa. Wenn ich da unsere Sachen kaputt mache. Ist dir das bewusst? Papa. Nee, ne? Das ist dir nicht bewusst. Ja, siehst du? So kann es gehen. 360 Stämme, alles klar. Na ja, dafür guck mal, Schatz. Wir haben zwei Bäume, Häuser da noch und die ganze Verkleidung noch von wegen. Kann sich nur ein Jahr rannehmen. Ist schon okay. Mischen tue ich wenigstens hier was. Unten durch. Durch. Wo ist der durch hin? So. Ich war ja gerade am Basteln. Komm her. So. So. Ups, das wollte ich gar nicht. Alter Schwede, die ganzen Blaupausen. So. So. Na ja, nach und nach machen wir jetzt alles fertig hier. Genau. Ich mach ein bisschen Licht nebenbei. Weg. Weg. Bei dem kurze Plattform fertig geworden, um zu kommen. Ja. Falle. Immer besser. Was braucht man da? Kann ich was beitragen? Mal erstmal hier das Haus fertig, ne? Komm ich da nicht ran? Da muss ich sogar schon springen, um ranzukommen, ey, lol. Jetzt. Hier fehlt nur noch einer, ne? Oder was? Ist ja fertig. Wer ist fertig? Äh, irgendeine ist ja fertig, ja. Ja, wunderbar. Top Arbeit, danke. Ja, das war's schon wieder mit den Ständen. Was, äh. Ist ja immer noch nicht fertig. Kann man eigentlich auch Medikamente irgendwie selbst herstellen? Pflanzen. Nur Pflanzen essen, oder wie? Brote, glaub ich, kombiniert mit Aloe vera oder so, aber keine Garantie drauf. Irgendeine Pflanze mit irgendeiner Pflanze. Aloe vera. Muss er ausprobieren müssen. Das Brote soll ich mich recht ansetzen. Auch der Meinung. Aber nicht 100%. Ah ja, so Medz. Cool. Genau, und du kannst auch eine Ausdauerpflanze herstellen. Wo krieg ich Aloe vera her? Liegt hier die ganze Zeit überall rum. Also, naja, was heißt es liegt, es wächst. Ähm. Wie will das nicht so? Kaninchen? Ja, was? Ja. Ich hab schon, ich hab schon. Scheibe von wie Aloe veraussieht. Hier ist Kopf! Meine. Hast du jetzt hier irgendwo ne Fettin gebracht? Ja. Meine Körperteile mal loswerde? Ja, da sind überall die, die diese Kassen, die, die kleinen, die brennen, da kannst du überall einfach so dran basteln, wie du lustig bist. Fallen. Hä? Ich sag mal, neue Fallen, also Blaupausen. Ich geb doch diese, die brennenden, die einzelnen, der hinter dir. Ja, die sind ja schon fertig. Nein, die sind nicht fertig. Die kannst du einfach dran bauen. Nimmst du einfach in der Hand so ein Körperteil und dann kannst du das da beliebig dran basteln. Ja, aber ich dachte, du wirst noch ein neues bauen. Das war mein neues gerade. Ich kann auch noch eins bauen. Ich kann auch gerne neuen. Ich hab ganz viel noch, was ich froh, das werden kann. Ja, das ist kein Problem. Warte. Dann bauen wir hier noch eins hin. Warum eh nicht? Siehste. Und da kann, wie gesagt, du musst es halt immer an die Hand nehmen und dann kannst du das da so dran basteln, wie du möchtest. Das sind weiße Beeren. Ja, wunderschön. Na, ist schön, oder? Ja, gut, dann. Ja, du kannst dich bewegen, ne? Denn je nachdem, wo du es hin platzierst. Oh, es ist mir ein bisschen so anstrengend. Ähm, weiße Beeren, gut oder schlecht? Äh, weiß ist, glaub ich, giftig. Na, weiß ich nicht. Was ist giftig? Blau ist, okay. Weiß, keine Ahnung. Weißer? Meister? Meister, ob du saßt noch, kümmer, er fühlt sich sogar angesprochen. Ja? So weit ist es schon. Weiße Beeren, giftig oder gut? Giftig. Oh Gott. Blau nicht. Der andere Raumstamm-Ding. Hast du es auch angezündet? Ja, aus Versehen. Na, ist doch gut. Nein, hast du nicht. Noch nicht angezündet. Soll ich schon wieder raus ist. Nein, du musst es richtig anzünden. Das muss, du musst, das funktioniert nicht immer. Da musst du mal... Ja, ich wollte es ja auch eigentlich, wenn du anzündest. Ja, 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 ja. Weg. So. Was ist das mit dir, Madame? Du möchtest ein bisschen Fleischlieferern sein. Das ist aber nett von dir. Oh, top. Wo war mein Feuer jetzt hier? Steht das noch? Ja. Oh. Oh, ein Arm. Ist ja nett. Und noch ein Ärmchen. Und noch ein Ärmchen. Was machst du bei mir mit Batterien? Waschenlampe kannst du so nehmen. Achso. Okay. Oh, ich hab noch eine Uhr. Oh, durch, durch. Nein, bleib hier. Stimmt, ich wollte die Bombe mal ausprobieren. Also ein bisschen. Kann ich jetzt eigentlich noch eine bauen? Habe ich genug dafür? Warte mal. Das brauchte ich. Das brauchte ich. Kleingeld und Stoff war's, ne? Ne. Äh. Baumharz? Nein. Alkohol war's, gell? So ist es halt immer der Alkohol. Immer der Alkohol. Und zweifel der Alkohol. Ja. Was sonst? Alkohol. Ich seh da hinten grad... Welchen... Was siehst du? Alkohol. Oh. Ich wissen. Oh. Und Mediz... Oh, ne. Ernsthaft? Hat er viel. Was denn? Gerne angegriffen. Ja, du bist auch 100 Kilo, einer ist bei uns in der Basis, den muss ich erst mal kurz davor. Oh, die springt eh grad auf den Baum rauch. Der rennt auf dich zu. Er rennt direkt auf dich zu. Voll. Hallo. Komm zu tun hier. Oh, du hast eine geile Keule, kann ich die haben? Gibst du mir die? Kannst du mir die geben? Ja. 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 Herzhaft. Die möchte ich ha... Alter, wie cool. Geh mal... Kannst du... Kannst du ganz kurz mal... Genau, danke schon. Oh, einer fällt mir noch, dann ist das nächste Baum aus. Dann hat er aufzuatmen. Wieder was geschafft. Willi hat Spaß. Ja. Spaß und Freude, ja. Ich will die... Ich will jetzt die Keule haben. Ich hab sie. Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist das, was ich meinte. Wie geil ist das denn? Kann ich auch anzünden? Ja, klar. Nee, kann ich nicht. Schade. Doch, aber ich... Coole Scheiße. Die kann ich auch verbessern mit... Ähm... Der Speed ist halt scheißeng... äh, gering. Ja, dann bessere Spiele. Dann tu mal was. Baumstände nagen. Ach, die kann ich nicht... Ach, die kann ich nicht mehr... Ah, ich kann die... die fertigen. Ähm... Boop, 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 boop. So. Braucht noch mehr Tree Sab. Wo kriege ich Tree Sab her? Tree Sab, Tree Sab, Tree Sab, Tree Sab. Bäume fällen immer noch. Oder die Töpfe entleeren. Die anderen. Oh, mein Essen. Mein Essen verbrennt. Ja, äh, das ist natürlich auch so eine Sache. Mein Essen ist verbrennt. Bisschen. Habe ich noch Essen dabei? Ja, natürlich. Host is not responding. Host is not responding? Eine fippt mir da noch. Ja, du, komm her. Ich habe beide Lockholder gerade hier. Bin gerade beide gleichzeitig am befüllen, so mehr oder weniger. Wo waren die denn? Hier war doch irgendwo der Herr. Hier ist doch. Ich bin nochmal an Abend. Denen wir auch spontan mit. Und hier war doch noch irgendwo, irgendwo war doch hier noch. Wo denn? Da. Komm mal her, Madame. Komm mal bitte. Genau. So, du legst dich mal ganz kurz hier hin. Ich habe mal ausprobiert, ob man da eine Brücke bauen kann. Nein, die müssen ja erst fertig gemacht werden. Das ist das Problem. Die Plattform ist noch nicht fertig. Aber die anderen müssen wir doch noch eine Plattform machen, oder? Kann man zwischen denen keine Plattform bauen? Mit der Brücke. Oh. Hä? Was? Was war gerade? Das ist wie? Kann man zwischen denen keine Plattform bauen? Das probieren wir gleich aus. Das ist dann die Tree Bridge, ne? Ja. Ähm. Geht nicht. Geht nicht. Würde hingehen. Doch, geht, ja. Soll ich mal machen? Ach schon. Perfekt, sehr schön. Komm mal, da nämlich dann weitermachen. Vor Bäume haben wir ja noch. Dann kann ich die Plattform hier wieder wegmachen, hier. Hä? Wir müssen ja hin, die Mauer noch für den machen. Was gut denn jetzt schon wieder rum? Lass ihn, lass ihn kommen. Oh, ich lass ihn kommen. Was? Hallo? Willkommen in meine Axt. Wollte ich gar nicht hoch, aber... Oh, da sind noch welche. Hallo? Hallo? So, die Plattform ist auch fertig. Fast. Ne, jetzt. Und du lässt sie gleich zuschneiden. Ja, vorhin habe ich zu Falsch umgebaut, ne? Ich habe es gerade genau von hier oben gesehen. Falsch um? Falsch umgebaut. Guck mal, komm mal weg da, das ist eine dobe... Genau, das ist eine bessere Position. Vergesst du nicht? Genau. Das ist auch super nett, du liegst direkt am Feuer. Ja, aber das heißt Falsch rum. Die laufen ja immer kreuzig quer in aller Richtung. Die laufen bestimmt auch so immer. Trotzdem rein. Falsch. Ist noch jemand? Das ist cool, ja. Also, die wird cool auf jeden Fall. Ne. So. Wir müssen nur die Baba als erstes Mal für dich bauen, weil... Die Mauer muss weg. Ja, sag ich auch immer. Die Mauer muss weg. Aber an dem Fall... Oh, ich glaube, jetzt auch schon egal. Ernsthaft. Ja. Jetzt geht es hier wie mir letztes Mal. Die Mauer ist da hinten, ne? Oder ist hier vorne auch noch ein Stück Mauer? Ähm... Die rechte Seite ganz hinten, auf der anderen Seite. Oh, feiner. Mach dir bei den Spikes hier sonst einfach mal. Oh, Avocado. Ne, äh, Aloe Vera. Vorbereitung fällig hier. Avocado. Du bist der Hammer, ey. Die Bäume können doch ja auch alle weg, ne? Oh, theoretisch schon. Wachsen die eigentlich irgendwie nach? Ne. Nein. Das ist ja unschön. Ach, Blaubeeren. Ich sag ja, du kannst höchstens die Stümpfe noch abholzen. Ich hab ne Idee, was wir noch brauchen müssen. Äh, Garten. Ja. Und bringen die, ähm, Baumstümpfe auch? Holz? Ich glaub, diese Holzscheide fliegen nur weg. Die bringen, äh, die Fliegen weg. Guck mal, wegen, ähm, Garten. Die Idee, ich krieg nämlich langsam ein bisschen Hunger und Durst. Wären Blau, wären ganz nett. Ich find's auch ein bisschen komisch, dass Fleisch in der relativ wenig, ähm, Wasser bringt, weil eigentlich enthält er gut ist die Frage, wie's zubereitet ist. Sollte, da wollte ich jetzt eigentlich keine Stämme reinklatten. Na, egal. So, kam mit. Die hat da reingemacht. Gut. Ach, so, die erste, okay. Das ist eine invertierte Steuerung. Ja. Die stresst mich bei dem Ding extrem. Ich hab mich immer noch nicht dran gewöhnt, so richtig. Aber da haben wir halt was, ne? Ich mein, okay, wir haben jetzt jede Menge noch, äh, Holz, die, Barberlisten, aber... ...wenn wir denk, was, wir jetzt schon in dieser kurzen Zeit eigentlich gewohnt haben, sind wir schneller? Warte mal. Ups. Darf ich erst mal essen und trinken? Ähm, ist das, ist das Gewollt hier, die sie jetzt schon gewohnt haben? Ich wollte gerade sagen, hier ist ne Lücke. Deswegen hat der auch grad das in den anderen reingesteckt und nicht in die Mauer. Schatz, du hast, äh, nen Fehler gemacht. Hm? Hier ist noch ne Lücke im Gebälk. Ist irgendwie komisch, die Lücke. Da haben's ne Mauer hin. Naja, irgendjemand kann ja mal ne Mauer hinbauen. Ne, da, die Holzböcke liegen hier auch komisch rum. Warte mal, ich guck mir das gleich an, okay? Warte. Ich bin gleich da. Komm gleich. Ach, ach, weißt du, was das Problem ist? Die Woodsbikes, die blockieren. Hier ist doch gar keine Blaupause von der Wand, oder? Ne, die ist deswegen weg. Schön. Ja, okay. Oh, hier ist jemand. Hey, Junge. Guck mal, hast du mal geguckt, wie's aussieht? Ja, ne? Wirst du ein bisschen hierbleiben? Guck mal, bleibst du ein bisschen hier, guckst du dich noch ein bisschen an. Guck mal, wir haben bei uns. Ich glaub, wir müssen die hier erst wieder raushauen. Ne, mach schon. Ich mach, ähm. Kommst du mit. Guck, kommst du mit. Und dann pass. Guck mal, wir müssen die hier, guckst du mit.